Ein Brandanschlag hat die Produktion gestoppt. Hinzu kommt, Umweltaktivisten laufen Sturm. Tesla steht für die Gefährdung von Mensch und Natur. Tesla ist nicht mehr die Nummer 1. Die Probleme für den US-Milliardär häufen sich, Umsatz und Gewinn brechen ein. Für Tesla läuft es zurzeit nicht rund. Tesla ist eben jetzt als Elektroauto-Pionier selbst unter Druck geraten durch neue Wettbewerber. Seit zwei Jahren wird in Grünheide das Erfolgsmodell Y produziert. Im April hat auch das seine Spitzenposition auf dem deutschen Markt verloren. Tesla trennt sich von mehreren hundert Mitarbeitern. Trotz aller Probleme, das Werk ist auch eine Erfolgsgeschichte. Tesla ist der größte Arbeitgeber im Land Brandenburg. Das ist schon mal eine wichtige Sache. Denn im Land Brandenburg gab es bisher fast nur gescheiterte Ansiedlungsversuche von großen Unternehmen. Das ist die größte Ansiedlung seit der Wiedervereinigung in Brandenburg. Bahnhof Fangschleuse.